Immer weiter kommen, das liegt ja sowieso im Menschen an sich, dass er wissen will, was ist dahinter von dem, was ich bereits kenne. Pure Neugier. Jetzt weiß ich natürlich, ich könnte da mit Sensoren hingehen und mit Roboterarm, aber die können nichts erzählen. Die liefern Daten und Menschen dürfen das dann auf der Erde auswählen. Der Mensch, der fühlt ganz anders, der nimmt Sachen ganz anders auf. Das wissen wir, dass das lustigerweise noch nicht so wirklich gut erforscht, wie der Mensch Sachen verarbeitet. Also wir kennen unsere Sinnesorgane, aber wie die genau miteinander dann tatsächlich Gefühle entwickeln und das dann versuchen in Worte zu fassen, das kann ein Roboter einfach nicht. Man kann immer noch weiter und der innere Traum ist dann, tatsächlich dann irgendwann mal hinzugehen zur ISS, worüber man so viel hört, worüber man so viel liest. All diese Astronauten, die man sieht, die mit so viel Begeisterung davon reden, man möchte da einfach auch hin. Man sieht diese Augen glänzen, auch wenn sie immer wieder dieselbe Geschichte erzählen, das ist trotzdem immer wieder total faszinierend. Also das hat mich so angesteckt. Und dann habe ich diese Initiative gelesen und dachte mir, wow, das bin ich. Also ihr habt genau mich beschrieben. So, da mehrere Jahre Berufserfahrung, bin studiert, Englisch fließend, physisch fit, psychisch fit und so weiter. Und dann dachte ich mir, wow, ihr habt genau mich beschrieben, ich muss mich bewerben. Also ich habe mich tatsächlich dann während des Luft- und Raumfahrtechnikstudiums auf Raumfahrtechnik fixiert. Nebst Leichtbau, aber Raumfahrtechnik war halt auch dabei und beschäftige mich jetzt im Rahmen eines Projektes und meiner Promotion mit der Weltraumschrottentfernung. Der Mensch ist jetzt schon eine Weile auf der Erde. Wir können durchs Wasser gehen, wir können auf der Erde laufen, wir können fliegen. Was wir noch nicht so richtig können, ist uns in Schwerelosigkeit gut bewegen. Und für mich ist das dieses Faszinierende. Also ich kann all die drei Sachen erreichen, irgendwie. Diese Schwerelosigkeit kann ich noch nicht erreichen. Und da gibt es einfach noch so viel zu erforschen. Der Körper verhält sich einfach so anders. Die Dynamik von etwaigen Körpern, also man sieht das in Videos sehr schön, wie schnell sich Sachen plötzlich drehen, wenn ich denen nur einen kleinen Impuls gebe. Das muss alles noch wesentlich besser ergründet werden und halt auch besonders der menschliche Körper. Wir sind einfach noch nicht genügend Frauen im MINT-Bereich. Also das merkt man an Studienzahlen, das merkt man an Abschlusszahlen. Das merkt man an der Anzahl an weiblichen deutschen Astronauten, die bisher dort oben waren. Ja, Vorbild sein muss leider sein, noch heutzutage. Und ich hoffe, irgendwann brauchen wir keine Vorbilder mehr. Irgendwann ist es normal. Also ich mache seit meinem neunten Lebensjahr Taekwondo und das hat mir eine große Portion Selbstbewusstsein verschafft. Aber nicht nur das. Also Taekwondo ist nicht nur Kampfsport. Taekwondo ist Selbstverteidigung hauptsächlich. Es ist Toleranz, es ist Geduld üben, es ist Disziplin. Und all das braucht man einfach, um erfolgreich zu sein und Astronaut zu sein, natürlich. Man muss Durchhaltevermögen haben einfach und Geduld und Disziplin. Meine Eltern haben das natürlich früh erkannt, dass ich mich für Raumfahrt interessiere. Und die sind natürlich super begeistert, dass ich so weit gekommen bin. Sie sind super stolz. Ich bin Susanne Peters und ich möchte sehr gerne Deutschlands erste Astronautin werden.